So, wir flusche Hölbe. Wenn sitzt du noch eine? Ich hab gedacht, wir fahren jetzt heim. Aber was ich möchte, interessiert dich ja nicht. Hauptsache, du kannst mit deiner Saukumpanien wieder heim drauf machen. Jetzt können wir ja auf gar keinen Fall schon heim fahren. Wir wollten doch heute noch ausmachen, was wir da sind. Wir würden zum Standisch-Ausflug machen. Und? Wo soll's hingehen? Also, eins sage ich gleich. Jetzt haben wir fünf Jahre hintereinander Brauereiführung gemacht. Wenn's dieses Jahr nicht woanders hingeht, dann bleib ich da warm. Fürste Brauereiführung. Hört sich gut auch. Sorry. Demokratie. Genau. Demokratie. Soll. Das war nur fair. Die Demokratie. Sollt ihr so was? Ja. 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 Ja.